Fünf Minuten gespielt und gleich mal ganz genau hingeschaut. Dennis Malura im 16er zu voll gebracht. Schiedsrichter Valentin will kein Foul gesehen haben, liegt damit für mich falsch. Schwer zu sehen, aber Marc Garenko trifft Malura, das wäre ein Strafstoß gewesen. Heidenheim hadert nicht mit dem Schicksal, setzt Babelsberg weiter unter Druck. Harten in die Beine von Schnatterer, die Idee top in der Ausführung mit Luft nach oben. Dietmar Demuth hat ein Problem, die Babelsberger Defensive, die große Schwachstelle der 0-3er. Und der FCH legt den Finger mitten rein in die Wunde. Schnatterer auf Mayer, links steht Turg, rechts Göhlerz und der macht's. 1 zu 0, Heidenheim. Wunderbar das Zuspiel von Marc Schnatterer, kein Abseits. Meier versucht's alleine. Tim Göhler zur rechten Zeit am rechten Platz. Kein Mensch kümmert sich um Göhlerz. Optimale Bedingungen für Saisontor Nummer 3. Das übrigens ist Frank Lehmann, Heidenheims Keeper, bisher ohne Aufgabe. Sie vermissen Szenen der Gäste. Wie auch das hier, die einzige vernünftig vorgetragene Offensivaktion des SV Babelsberg. Im ersten Durchgang, abgeschlossen von Makarinko. Und Michael Turk, der Arbeitsnachweis, ist am Trikot abzulesen. Der Einsatz stimmt die Ausbeute noch nicht. 1 zu 0 für Heidenheim zur Pause. Zweite Hälfte, gleich rein. Denn so viel vorweg, jetzt geht's richtig ab. Rico Morag unter Druck gesetzt von Meier mit Erfolg. Schnatterer, 2 zu 0, Heidenheim. Marc Schnatterer mit seinem 9. Saisontor. Ist damit Heidenheims Top-Torjäger. Bedanken darf er sich bei Morag. Viel schöner kannst du eine Einladung zum Toreschießen nicht gestalten. Babelsberg, Schlussmann, Zacher. Kann da wenig machen. Zwei Minuten später. Wieder Schnatterer. Wird gelegt von Surma. Klare Sache, Freistoß. Surma, bereits mit Gelb verwarnt, muss mit Gelb-Rot vom Platz. Richtige Entscheidung. Surma geht nur gegen den Mann. Der Ball in weiter Ferne. Der anschließende Freistoß. Ein Fall für Michael Thurk. Na also, gelernt ist gelernt. 3 zu 0 Heidenheim. Der prominente Winterneuzugang. Endlich mit seinem ersten Tor für den neuen Arbeitgeber. Und was für eins. Michael Thurk, perfekt geschossen. Hier spielt nur noch ein Team. Das kommt aus Heidenheim. Und das kommt Schlag auf Schlag. Meier im 16er. Ein Fall, ein Pfiff. Aber diesmal war es für mich kein Strafstoß. Kein Kontakt, wenn man so will. Ausgleichende Gerechtigkeit. Christian Sauter zum 4 zu 0. Platziert und festgeschossen. Keine Chance für Daniel Zacher im Tor der 0-3er. Babelsberg fängt in den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs. Drei Tore. Hier droht ein Desaster. Kein Umschalten, kein Kontakt zum Gegenspieler. Vogel wild in der Rückwärtsbewegung. Heidenheim ohne Mitleid. Patrick Meier 5 zu 0. Wahnsinn. Jetzt klappt es also auch beim Rückkehrer. Patrick Meier von Augsburg ausgeliehen. Kam gemeinsam mit Thurk im Winter zurück. Zu seinem FC Heidenheim. In der letzten Saison wurde er hier mit 19 Treffern Torschützenkönig der 3. Liga. Heidenheim im Rausch. Babelsberg jenseits von Gut und Böse. Michael Thurk noch mal mit dem Außenriest. Verspielt, klar. Aber beim Stande von 5 zu 0 kann man auch so was guten Gewissens wagen. Michael Thurk jedenfalls scheint wieder Spaß zu haben am Fußballspielen. In der Schlussphase ausgewechselt. Sonderapplaus für den Torjäger. Viel passiert danach nicht mehr. Heidenheim steckt die desolate Babelsberger mit 5 zu 0.